Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zum großen Preis von Kanada. Jawohl, hier im Sonnenschein, 18 Runden bei bewölktem Wetter. Wir können natürlich nur hoffen, dass es regnet. Das ist das Größte, was wir machen können. Wir warten aktuell auf 1200, 1100 Punkte. Die sollten wir erreicht haben, soweit das Wochenende vorbei ist. Dann können wir hier nämlich ein großes Update mal machen. Aber wenn es uns nicht so weit nach vorne bringt, aber es bringt uns zumindest vielleicht mal ein bisschen ein größeres Stück nach vorne. Oh ne, das wollten wir machen, gell. Das ist eine Monostructure, ja. Weil das noch mehr bringt. Ja, das wird uns noch mehr nach vorne bringen. Ja, müssen wir mal schauen, dass wir da irgendwas hinkriegen. Aber wie gesagt, wir brauchen unbedingt Punkte. Wir werden jetzt wahrscheinlich erst in der zweiten Saison was wird. Weiter zur nächsten Session. Rennen 18 Runden. Ja, würde ich sagen, auf geht's. Nein, ich habe wieder vergessen, die Einführungsrunde einzustellen. Shit. But let's see, was heute möglich ist. Wir sind wieder am Ufer des St. Lawrence Stroms hier in Montreal für den Grand Prix von Kanada. Dieses Event fand zum ersten Mal im Jahr 1978 auf einer Variante dieser Strecke statt und wurde von niemandem anderem als dem berühmten Gilles Villeneuve gewonnen, dem ersten Kanadier, der je sein Heimrennen gewinnen konnte und dem zu Ehren die Strecke dann umbenannt wurde. Auf dem Circuit Gilles Villeneuve, der zu zwei Dritteln mit Vollgas gefahren wird, werden wir Höchstgeschwindigkeiten im Bereich von knapp 340 Stundenkilometern sehen. Die Hochgeschwindigkeitschikanen und vor allem die berüchtigte Wall of Champions sorgen potenziell für Gefahr. Außerdem muss beim Überholen in der Haarnadelkurve und in der Zielschikane höllisch aufgepasst werden. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Dank einer fantastischen Fahrt im gestrigen Qualifying startet Kevin Magnussen von der Pole und Charles Leclerc steht auf P2. Im Rest der Startaufstellung haben wir Pérez, Hamilton, Carlos Sainz und Fernando Alonso, Gasly, Zunoda, Riccardo und Valtteri Bottas, Oscar Piastri, Albon, Nicolas Latifi und Joe, Nick Schumacher, Michael, Lance Stroll und Lance Stroll. Und Verstappen, wenn wir jetzt schon von ganz hinten starten, dann wechselt komplett durch. Aber das Ding ist, dass wir jetzt wahrscheinlich relativ schnell von hinten sofort einkastet werden, von allen Autos. Unsere Fahrer haben wahrscheinlich einen sehr harten Tag vor sich. Auf was wirst du achten, wenn sie gleich auf die erste Kurve zufahren? Der Start eines Rennens ist immer einer der aufregendsten Momente. Man hofft, dass jeder einen sauberen Start hinlegt. Das ist vielleicht der tückischste Teil des Rennens. So viele Fahrer auf so kleinem Raum. Es spricht für die Fähigkeiten der Fahrer, dass es nicht mehr Vorfälle gibt. Wir können mit Hartdorf fahren. Wir könnten mit Hartdorf fahren, wenn was passiert. Wir haben 18 Runden. Plan mal mit 19. Renn starten. Das ist jetzt das Ding Magnussen auf der Pole. Das ist so falsch. Das ist so falsch. Warte mal, ist Sainz nicht ausgeschieden? Wie ist Sainz auf 5 vorgekommen? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Das ist es so falsch. Das ist so falsch. Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, dass mein Teamkollege der einzigste ist, der wegzieht. Habt ihr es gerade gesehen? Piastri 8 und 9, die Porsche, das ist schon stark. Schau mal, dass wir es nicht weiter machen können. Piastri und Zunoda sind echt hart aneinander. Ist das alles, was mein Auto kann? Das hat sich nämlich gerade nicht gut angefühlt. So, ein bisschen wechseln den Curves. Es fühlt sich an, als würde unser Auto langsamer werden, als hätten wir einen Motorschaden. Original. Ich fühle ab Gang 7 keine Geschwindigkeit mehr. Ich fühle ab, ich fühle ab, ich fühle ab, ich fühle ab. Mal was, Yuki. Ich fühle ab, ich fühle ab. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist Magnussen Zieh zurück Ach du Scheiße Zack, das ist Perez, der da weg ist Der nimmt Leclerc noch gleich mit Hamilton muss bremsen Das kostet seins den Vornflügel Und da lohnt sie auch volle Kanne da rein So, jetzt kommt hier zu Noda Wir sehen das schon, fahren die Kurve anders an Fahren da problemlos außen rum Und ich glaube ich muss die Position an zu Noda zurückgeben Weiß nicht warum, aber gut Einige fahren natürlich gleich mal rein Ist ja logisch Und das bringt natürlich jetzt den ganzen Rennverlauf Stellt das jetzt natürlich auf den Kopf Wo alle die jetzt schon drin sind, können so weiterfahren Ja, wir hätten auch direkt reinfahren sollen All right, let's have you in at the end of this lap, please Die hinter uns sind alle noch weitergefahren Aber die hinter uns müssten alle noch zeitgleich mit uns reinkommen Nee Nee, 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 nee Latifi Ocon ist der Train, der reingekommen ist Vor und Spotters Albon, die waren alle nicht drin Latifi Medium war schon drin Wenn wir es schaffen, dass wir das Auto beieinander halten Frage, bitte Piastri Ja, wenn er jetzt noch reinkommt, fährt er trotzdem am Ende des Feldes Da wird sie nicht mehr Nee, nee, kommt jetzt auch keiner mehr rein Verstehe ich Ähm Lass mich mal kurz durchklicken Vor uns Vor uns Fahren Valtteri Bottas ohne Boxenstopp Albon ohne Boxenstopp Schumacher ohne Boxenstopp Guan Yu Shu Ist der auf Medium gestartet? Ich weiß es nicht Piastri muss rein Du musst noch rein Hamilton muss noch rein Magnussen muss noch rein Uff, das wird interessant Das wird ein sau interessantes Rennen Weil die ganze Riege da vorne Magnussen Ist nicht reingefahren Zweimal nicht Vom wäre Magnussen reingefahren Würde der führen Theoretisch Also entweder führen Guan Yu Shu Oder ich theoretisch Nach dem Boxenstopp Und das ist natürlich sehr, sehr interessant Wir haben Latifi S-Blocker hinter uns Wenn er keinen Scheiß baut Äh Wir haben Okon dahinter Okon wird relativ schnell angreifen Da kommt ein Alfa Tauri Das ist auch nicht gerade schöner Das ganze Feld wäre da Sicher Alonso raus Leclerc ist glaube ich raus Sainz konnte weiterfahren Wir haben Wir haben Wir haben Wir haben Okay, you're in the top ten. Boah, ich muss ja aufpassen, dass wir da nicht ein Album reincraschen. Boah, das haben wir nämlich schon. Die Schumer hörst auf 6 und 7. Wir haben jetzt einige Blocker da hinten. Albon, Latifi. Latifi und Albon. Zwei Williams, die uns hinten blocken. Vor allem jetzt noch jemand mit Medium-Reifen. Das ist natürlich jetzt Schlau von Williams. Die können sich das jetzt so recht zurechtlegen da hinten, wie sie es brauchen. So, bis auf Guan Yu Shu fahren vor uns scheiße. Fahren uns vor uns alle rein. Und auf die haben wir jetzt natürlich einen riesen Vorsprung. Aber jetzt wissen wir natürlich gleich, wie es vor uns ausschaut. So, der Chineser führt. Michael Schumacher knapp dahinter. Hoffen wir mal, dass jetzt das Auto trotzdem Unterbodenschaden halbwegs hält. Okon Norris, ja, ich vermute mal, dass Okon von Norris gewinnt. Okon Norris, ja, ich vermute mal, dass Okon von Norris gewinnt. Und nach dem Rennen wird es auf jeden Fall einige Rule Changes geben. Kann ich euch gleich sagen, dass die morgige Folge eher informatieller Informationsgründen dient, alter. Weil das, was wir jetzt wieder als Schaden am Auto haben, ich weiß nicht mal, von was jetzt der Rear Diffuser kommt. Gut, unser Auto ist so langsam, das wissen wir auch so. Das gut ist, dass wir ein Auto nicht hinter uns haben, wie Latifi. Alter! What the fuck, was war das denn? Okay, es war ein Fehler von mir, dass ich hier dachte, wir kommen an ihm vorbei. Ja. So. Aber was jetzt passiert, das verstehe ich halt nicht. Er hätte abbremsen können. Guan Yu Shu hätte problemlos abbremsen können. Ne, fährt, fährt mir voll ins Auto rein. Und dafür kann ich halt wirklich nichts. Dafür kann ich halt wirklich nichts, was er mir da voll ins Auto reinbrettert. Das Gute ist, es sind nochmal einige Runden weg von der Uhr. Aber wir müssen was ändern an den Regeln. Das ist, wir können so nicht ewig weiterfahren. Vor allem, wenn die uns so regelmäßig ins Auto reinfahren, beenden wir kein Rennen, wenn wir auf Simulation bleiben. Und das ist schade, das ist wirklich schade. Vor allem, Guan Yu Shu hätte uns locker sehen können, locker. Das war nichts, wo man sagte, ja, nee, konnte ich überhaupt nicht sehen, dass da ein Auto ist. Okay, be very careful, the floors incurred massive damage. Hm, wie da was. Wenn wir jetzt draußen haben, noch eine Runde. Schade ist ja, dass Piastri so weit hinten ist. Die Re-Defusers incurreden some damage. You might start to feel the effects. You're approaching the Safety Car. You're leading, so don't pass it. Stay behind the Safety Car. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann können wir uns vielleicht eine Runde gegen Ocon, äh, ja, eine Runde mehr, aber auch nicht Dann müssen wir eine Runde schauen, dass wir gegen Norris schaffen Vettel könnten wir vielleicht nochmal zwei Runden schaffen und dann ist das Rennen vorbei Das heißt, wir wären am Ende fünfter, was nicht schlecht wäre Die Frage ist halt, wie der Unterboden des Autos mitmacht Ansonsten sind wir halt sechster oder siebter, aber ich glaube nicht, dass wir noch weiter zurückfallen Müssten wir uns kurz anschauen, wer eigentlich alles hinter uns ist und in welcher Reihenfolge sie hinter uns sind Latifi Ocon Norris, Vettel Sainz, Gasly Russell, Verstappen, Stroll Hamilton So weit sollte man nicht mehr zurückgerechnet werden So, kurz mal schauen Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn Und schade, Piastri ist zur vierzehnter Wo außerhalb der Punkte, der hätte locker mit in die Punkte kommen können depart mit in die Punkte kommen können Prode написettu Brodiewerck hat etwas viajegenommen Check nicht das wirklich gesch BÜNDNIS Spreffen Dr. Neil J J J Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ocon ist vorbei und es wird schwer Wir schicken Ocon weit Und hinten gibt es einen Crash zwischen Ocon und Norris Jupp, das war unser Auto, danke Nikolas Norris Tritt Assigns auf 4, Ghastly auf 5 Oh, das war gut 4,5 Runden noch Norris hinter Signs Das sind 2 Sekunden gerade 2,5 sogar 2,4 auf die beiden Oder tief in die Box, nein 4 Runden noch Ich habe ein böses Déjà-vu mit Carlos Signs Australien letztes Jahr Verstappen Hamilton auf 4 und 5 Ghastly auf 3 Der ist aber 1,5 Sekunden hinter uns, weil er harte Reifen drauf hat Ist die Frage, wie lange der gegen Verstappen und Hamilton durchhalten kann Ne, glaube ich nicht Der wird ein bisschen schneller ist als wir Aber Ja, fahr mir ins Auto rein Anstatt, dass er Platz lässt Für beide, nein Es existiert nur Ghastly Hamilton Magnussen hinter uns Jetzt sind wir 5,3 Genauso wie ich es vorausgesagt habe Ungefähr Aber es könnte durchaus noch sein, dass wir 6,3 werden Oder 7,3 Das Manöver gerade gegen Der Versuch gegen Gasliefer nicht das Beste Das heißt ja nicht, dass wir hier den Platz gegen Magnussen so einfach aufgeben müssen Komm schon Ja, dann kommt sie vorbei Ziehen oder nicht Zwei Runden noch Das ist ja nicht, dass wir hier oder nicht Mein Scheiße. Das war mein Auto, danke. Okay, this is the final lap, final lap of the race. Also sag mal, mit einem Auto, was ein bisschen intakt ist, was uns Guan Yu Shu nicht kaputt fährt und was uns auch jemand anders nicht kaputt fährt, wäre da vielleicht mehr drin gewesen. Auch mit vielleicht einer Runde Safety Car mehr. Russell könnte noch an uns vorbeikommen, dann wären es aber immer noch theoretisch vier Punkte, weil wir müssen uns natürlich gegen Bottas irgendwas einfallen lassen, irgendwie verteidigen. Bottas wieder über außen, kann er gerne probieren. Das sage ich ja. Bottas gegen Russell hinter uns. Ja, boah, das wären sogar mehr Punkte, als ich es mir gerade vorstellen kann. Russell ist aber jetzt vorbei. 0,7 Sekunden, Russell. Auf die letzte Gerade. Ich muss ihm die Innenkurve anbieten. Und die reicht Russell auch. Jawohl, da war er zu schnell. Das ist zu viel Speed, aber wir holen vier Punkte in Kanada. Wir sind zurück mit einer Top-Leistung. Wundervoll. Wir schaffen es mit diesem beschissenen Auto. Es ist leid, es uns fehlen so viele Updates, uns fehlen so viele Sachen, dass wir aktuell einfach nicht mithalten können. Aber wir schaffen es, vier Punkte zu holen. Dennoch, das Geschehene zwingt mich zu Regeländerungen und das ist schade. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Die Geschichte des Teams ist eine gewaltige Leistung von Ferrari. Schauen wir uns kurz an, wie sich die Fahrerrangliste verändert hat. Dieses Resultat verringert den Abstand zwischen dem Führen der Meisterschaft und dem Rest des Feldes. Verstappen, Alter. Wer ist für dich Fahrer des Tages? Oft zeigt der Fahrer, den ich wähle, ein besonders beeindruckendes Kunststück während des Rennens. In diesem Fall hat mich jedoch die solide und saubere Fahrweise von Max Verstappen begleitet. 22.2, Alter. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Keine Veränderung an der Spitze. Aber mit den Punkten von heute wird die Führung deutlich wackeliger. Ein weiteres herausstechendes Team war heute Williams, die wieder Boden in der Rangliste gut machen. Null Punkte. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Boah, Leco Mio. Was für ein Rennen. Sainz gewinnt am Ende von Max Verstappen. 22 auf 2, Hamilton. Gasly schafft es noch vorne. Magnus ist natürlich ärgerlich für das, was passiert ist zu Noda. Und Russell schafft es in der letzten Kurve uns noch zu überholen. Muss ich mir mal jetzt sagen, das war Wahnsinn. Ich hätte ihn auch raus unlocken können, aber dann wären wir auch weg gewesen. Bottas 9. Mick auf 10. Albon Latifi. Wir schlagen Lance Stroll. Nur 4. Vettel am Ende nur 7. Guan Yu-Shu ausgeschieden. Leclerc, Ricardo, Perez, Alonso. Wo ist Ricardo denn ausgeschieden eigentlich? Ist das mit Guan Yu-Shu reingeknallt? Ich habe keine Ahnung. Ja, anscheinend auch mit denen, bevor Leclerc noch draußen war. Boah, 5 DNF. So viel haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Aber es war auch ein beschissener Crash von den dreien. Also muss man auch dazu sagen. Jawohl, komm mal kurz mal speichern diese Wiederholung. Wahnsinnsrennen. Ich bin einfach nur happy, dass wir hier wirklich irgendwie geschafft haben, Achter zu werden. Das war eigentlich ein solides Manöver. Ah, ich habe es gerade gesehen. Ich habe es gerade gesehen, wo es Ricardo erwischt. Und zwar jetzt. Und zwar jetzt. Ei, 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 ei. Ich weiß nur nicht, wo es... Ah, piastri fährt Leclerc kaputt. Und dann rollen hier die Teile. Ich verstehe auch nicht, warum wir da zu Norda nicht überholen durften, weil da war noch nicht Safety Care angezeigt. Ah, da stehen sie noch. Hm, da war schon angezeigt. Ich bräuchte eine andere Kameraeinstellung. Da rollt sein. Ah, gut. Dann müssen wir natürlich, wo Ricardo ausgeschieden ist. Und dann haben wir es eigentlich echt gut gelöst, was wir da gemacht haben. Ocon. Dem haben wir da schon auch nochmal einen Feiki. Oh, da schicken wir Ocon aber richtig schön geradeaus. Da dachte er nämlich, er kann uns hier mit wegnehmen. Oh, das wäre fast... Das ist halt dasselbe Aktionsmanöver. Also, da muss ich jetzt schon sagen, das ist halt schon kritisch. Ocon, das ist dasselbe Aktionsmanöver. Im Endeffekt. Wie Perez und Alonso. Und er nimmt halt in dem Fall jetzt fast Norris mit raus. Muss ich halt schon sagen, geht halt eigentlich nicht. Geht halt eigentlich nichts. Aber da haben wir uns dann mit Latifi duellieren müssen nochmal. Der hat es dann hier auch nochmal... Ja gut, das ist... Ja, kretisch war ein bisschen näher dran, als ich dachte. Zack. Da verliert er ein Nasenteilchen noch. Bleibt uns hinten dran. Musst er in die Box fahren. Das war natürlich dann für ihn Ende des Rennens. Sonst wäre hin. Williams in die Punkte gekommen. So natürlich nicht. Schauen wir uns die Rangliste an. Hier sind 13, damit 8 Punkten. Das ist aber zufriedenstellend, meiner Meinung nach. Mick und Kevin 11 und 10 Punkte. Das ist okay. Wir haben immer noch mehr Punkte als Lando Norris und Walter Diebottas. Und mit 8 Punkten stehen wir weiter vor Alfa Romeo und McLaren. Somit Platz 7. Das ist auch vollkommen okay. Wir brauchen noch 7 Punkte für den Rest der Saison. Aber jetzt kommt dann Österreich als nächstes. Und da haben wir, glaube ich, auch eigentlich ganz gute Chancen. Außer, dass wir so ein scheiß Sprintrennen drin haben. Was nicht so cool ist. Aber mal schauen, ob wir das vielleicht mit mehr Geschwindigkeit verbessern können. Da müssen wir mal gucken. Weil da mehr Geschwindigkeit zu haben, wäre schon nicht schlecht. Nee, ich bin wirklich sehr zufrieden. Gut, im Endeffekt hier der Bullen fährt hier gegen Verstappen. Ich war eher gut vor. Vor sein, sein mit dem Russell. Perez hat sich heute von keiner guten Zeitung gezeigt. Esteban Ocon auch nicht. Aber gut. Und der P15 war knapp verpasst. Saison Halbzeit. Österreich wartet auf uns. Ich frage mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann hoffentlich mit einem geilen Rennen in Österreich. Vor allem mit Sprintrennen wieder. Und Qualifying haben wir einiges vor uns. Bis dahin. Tschüssikowski. Ciao mit V. Österreich am besten übermorgen. Morgen haben wir Regeländerung. Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal.